Die Norwood Porter Mill ist eine handliche, einmalig preisgünstige Sägewerk-Alternative. Sie eignet sich für Hobbyholzverarbeiter und den Betrieb in sehr abgelegenen Waldgebieten. Die Bauteile dieses Modular-Sägegewerks sind leicht mit PKW, im Boot oder im Kleinflugzeug in schwer zugängliche Gebiete zu transportieren. Die Norwood Porter Mill kann mit ihrer Kettensäge betrieben werden. Als Laufschiene dient eine normale Stufenleiter. Je länger die Leiter, desto länger können die zu verarbeitenden Stämme sein. Der Aufbau am Arbeitsplatz dauert weniger als sechs Minuten. Nur für einen einzigen Arbeitsschritt ist ein Werkzeug erforderlich. Nur für einen einzigen Arbeitsschritt ist ein Werkzeug erforderlich. Der patentierte Stellantrieb ermöglicht sogar die Fernaktivierung. Um einen robusten, beständigen Betrieb aufrechtzuerhalten, empfiehlt sich die wahlweise lieferbare Kettensäge-Ölvorrichtung, mit der Sie Ihre Anlage kühlen und schmieren können. Als mehrkörpernentes Sägewerk lässt sich die Porter Mill auf einem Holzrahmen errichten, den der Betreiber bauen kann. Statt direkt am Boden zu arbeiten, bietet diese Methode einen festen Unterbau, auf dem Sie laufend zuverlässig Schnittholz herstellen können. Stammdurchmesser und Holzart richtet sich auf der Stärke Ihrer Kettensäge. Zu empfehlen sind Kettensägen von mehr als 65 Kubikzentimeter Hubraum mit Längsschnittkette. Je stärker die Säge, desto dicker können die Stämme sein. Die Porter Mill ist mit Rücklaufsperren versehen. Stämme sowie Kanthölzer können fixiert werden. Die Porter Mill wird mit einer graduierten Skala mit eingebautem Schnittfugenbreiten geliefert, um das Schneiden von 25 und 50 Millimeter dicken Brettern zu ermöglichen. Man kann aber spezifische Maße je nach eigenen Bedürfnissen eingeben. Nach Feierabend erleichtert die modulare Bauweise der Porter Mill das einfache Abbauen und Aufbewahren. Das geringe Gewicht und die geringe Größe der Norway Porter Mill ermöglicht den weltweiten Versand per Kurier oder per Post auch direkt zu Ihnen.